Yachtcharter Schulz. Mit unseren modernen Stahljachten werden die Seen- und Flusslandschaften zwischen Rügen und Berlin zu Ihrem Wohnzimmer. Ob Motorjacht oder Hausboot, wir sind für jeden Anspruch und jeden Geschmack komplett ausgestattet. Stahljachten von 8 bis 15 Metern Länge bieten bis zu 14 Personen Platz. Reisen Sie komfortabel und modern zu zweit, in der Gruppe oder natürlich mit der Familie. Übrigens ist das Unternehmen Yachtcharter Schulz MQM zertifiziert und steht damit für Qualität in Sachen Tourismus. Unsere Yachten sind für Sie entwickelt worden und wir heißen Sie willkommen an Bord. Stechen Sie in See und erleben Sie unvergessliche Stunden, Tage oder Wochen in faszinierender Naturkulisse. Ob auf der Müritz und den unzähligen kleinen und großen Gewässern der mecklenburgischen Seenplatte, auf natürlich urigen Flussläufen oder auf Haft, Bodden und Ostsee. Mit Yachtcharter Schulz können Sie zwischen Rügen und Berlin vier vernetzte Reviere in Deutschland problemlos und komfortabel erkunden. Dabei sind viele Gewässer auch führerscheinfrei für Sie befahrbar. Vertrauen Sie auf unsere 15-jährige Erfahrung und ändern Sie Ihre Urlaubsjacht. Starten Sie auf Ihre ganz eigene Tour. Schippern Sie gemütlich über Seen und durch Kanäle oder drehen Sie mal so richtig auf. Zeigen Sie Ihren Kindern die Natur hautnah oder gönnen Sie sich einfach ein bisschen Luxus. Egal wie Ihr Yachturlaub aussehen soll, Spaß und unvergessliche Momente sind garantiert. Auf über 70 Yachten in vier großzügigen, unvernetzten Revieren zwischen Rügen und Berlin unterwegs. Mit Yachtcharter Schulz.